Ja, so ein riesiger Andrang kurz vor Ende. Ja, wir müssen leider Schluss machen. Das war die Hamburger Mahnwache, eine offene Veranstaltung, wo jeder nur für sich selbst spricht in seinem eigenen Namen. Und wo dann in diesem Kontext Diskussionen passieren. Tut mir leid, wir müssen wirklich Schluss machen. Wir müssen hier den Platz um 9 Uhr geräumt haben. Genau. Aber, aber wir sind nächsten Montag wieder da und den da drauf und den da drauf. Das ist alles angemeldet. Wir sind hier auch jeden Montag, 18.30 Uhr wieder. Und ich freue mich, wenn da wenigstens ein paar von den Gesichtern, die jetzt dazugekommen sind, auch dabei sind und sich hier mit einbringen und vielleicht die Diskussion fortführen. Weil so ist das in unserer Demokratie, da muss man miteinander reden. Also, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause, genießt das schöne Wetter. Tschüss.